hallo und recht herzlich willkommen wieder hier zurück bei mountain blade banderlord mein name ist stefan und heute bin ich mal über twitch hier aktiv und ich hoffe dass wir doch hier einen guten stream hinbekommen so wo sind wir das mal stehen geblieben ja wir sind hier angekommen bei bald erkannt das ist ja die stadt die wir verloren haben die zeit verloren haben und jetzt muss ich mir überlegen wie ich hier weiter gehen weil wir sind schon hier eine belagerung die armee ok kann ist da und belagert die burg und wir haben und gucken aber keine wir können hier wieder leute aufgarten und wie sieht es bei uns aus ja wir sind auf klaren rang 3 zu viel brauchen wir noch ein bisschen wir haben zwei truppen leute genau ein bisschen trabant und meine so und was wir hier an was wir machen dann warten wir mal hier ah erobert ist sehr schön die haben sich wieder zurückgeobert und jetzt gehen wir mal hier als erstes dann fangen wir mal hier mit dem versteck hier an in dieser folge und dann mal gucken wie es weiter geht wie gesagt wir haben jetzt so langsam eine plüste wo wir noch mal gucken können und vielleicht irgendwo mal auf eine burg fällt und dann schlagen dazu das heißt wenn wir irgendwo möglichkeit haben oder sehen dass eine burg umwandelt und eine der millionen darstattet und die box dann wird da zugreifen also die einfachste art ohne jetzt jemanden zu verärgern weil wir doch relativ klein sind und jetzt kommen wir hier so das haben wir auch schon mal bald gehen und dann spannen mal da und das war und und da da Ah, da haben wir schon angelernt. Natürlich, okay. Kommen wir weiter vor. Ach da, kommen die schon. Folgt mir, nicht vorlaufen. Das Wasser schmalt hier. Noch einen hier Außenstehenden. Ich glaube nicht, hier haben wir alle erwischt. So, da gibt es keinen Aser. Ab in die Höhle. So, da ist keiner kommt da. Um. Um. Jetzt nix keiner. Okay, dann gehen wir da durch. Oben. Oh, da habe ich einen. Ich kann es drehen. So. Gut. Ich halte gute Bogen. Da haben sie keine Chance. Das war's glaube ich. Genau, jetzt kommt das Finale. Oh. Das ist gefährliche Waffe. Aber. Das gehe ich auch hin. Du. Du. Du hast ziemlich viel Mühe. So. Ich wollte eigentlich im Schild schlagen, hab da aber die Kamera gewechselt, und dann ist ja so was. aber eine stufe schon mal hier wo weiter da es gibt es hier disziplin zielt aber ohne an position einzubüßen schön beim büden gegen reit und ansonsten er hat ledig und gebaute punkte für kampfbildungsgeschwindigkeit ok aber die diebe hier sind die truppen ein bisschen morale dann sehen ok dann haben wir wieder So, dann weiter. Mal in die Stadt. Die würde ich gerne wieder einnehmen und zurückholen. Kann man mir verkaufen. Aber dazu bin ich noch viel zu klein. So, ja, Pferde kann ich. Auf jeden Fall. Ja, Pferde kann ich wieder holen. Steppt mega. Dann gibt es irgendwo hier... Dann gibt es auch nichts. Ah, da kommt die Armee vom Brennen wieder. Alle gehen wieder zurück. Das ist natürlich auch eine riesen Armee. Und Muckab. Da kann ich wieder mal ein Turnier besuchen. Also ich bin zu schwach. Genau. Ja, ein wenig warten. Damit die Heilung besser wird. Ich brauche mindestens 25. Warten wir noch ein bisschen. Zum nächsten Tag hoffentlich, dass da noch das Turnier da ist. Ja. Und dann geht es gleich los hier. Und jetzt... Und dann geht es gleich los hier. Und dann geht es Oh, sorry. Falscht erwischt. Der Weißkirch. so erwischt ich bin der einzige noch so 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 geschafft so jetzt so genau so geschafft wir sind qualifiziert ja wir haben halbfinale 2 gegen 2 immer 1 1 1 1 so so jetzt das finale und ich würde sagen das finale gibt es dann in der nächsten folge bleibt dabei bis zum nächsten mal euer stefan tschau tschau